Eine Telefonkarte, Telefonwertkarte oder eine Tax-Karte ist eine Karte, mit der man an dafür geeigneten öffentlichen Telefonen telefonieren kann. Diese befinden sich meist in Telefonzellen. Für Chipkarten für Mobiltelefone siehe SIM-Karte. Allgemein, zum Telefonieren muss die Telefonkarte in der Regel so in den Kartenschlitz des Telefons geschoben werden, dass die Pfeilmarkierungen auf Karte und Telefon übereinstimmen. Für die Kunden hat die Telefonkarte den Vorteil, dass man kein passendes Kleingeld benötigt. Weil ein Kartentelefon keinen Münzbehälter benötigt, ist dieses für den Betreiber günstiger, da zum einen kein Behälter mehr geleert werden muss und zum anderen dieser auch nicht mehr entwendet oder aufgebrochen werden kann. Nachteilig ist jedoch, dass für das Telefonieren eine Karte mit Guthaben erworben werden muss und das Telefonieren ohne vorhandene Karte somit nicht möglich ist. Inzwischen nimmt die Zahl der öffentlichen Kartentelefone schnell ab. Da Mobiltelefone zunehmende Verbreitung finden und so die Telefonzellen im Grunde überflüssig machen, die zudem wartungsintensiv sind und häufig beschädigt werden, Systeme. In einigen Ländern wurden im Laufe der Zeit verschiedene Telefonkartensysteme genutzt. Chip-Kartensysteme haben sich dabei oft als besonders fälschungssicher herausgestellt und haben andere Systeme ersetzt. Weitere häufig genutzte Systeme sind das Magnetstreifenkartensystem von Tamora und Anrizu sowie induktive Karten. Parallel dazu hat sich in vielen Ländern ein Cooling-Kart-System entwickelt, bei dem das Guthaben nicht auf der Karte selbst, sondern beim Telekommunikationsdiensteanbieter gespeichert wird und durch einen auf der Karte befindlichen freizurubelnden Zugangscode geschützt wird. Diese Karten müssen nicht in das Telefon geschoben werden. Zu Beginn der 1990er Jahre waren in einigen Ländern optische Karten von Ländis und Mp-Gyr sowie Karten von GPT verbreitet. Die über Magnetstreifen verfügen länderspezifische Geschichte. Deutschland aufgrund ihres Versorgungsauftrages sind marktbeherrschende Netzbetreiber weiterhin verpflichtet, öffentliche Telefone bereitzustellen. Von April 2004 bis Ende 2005 fand deshalb ein Feldversuch statt, in dem die Telekom an wenig genutzten Standorten die Telefonzellen durch sogenannte Basistelefone austauschte. Das Besondere an den Basistelefonen ist, dass diese keinen Schlitz für Telefonkarten besitzen. Telefonate können nur über eine Cooling-Kart-Kreditkarte oder 0800-Free-Call-Rufnummern geführt werden. In Italien zwischen 1927 und 2001 gab es Telefonmünzen, die Gettino-Telefonizie genannt wurden. In den 1990er Jahren testete man mit Telefonkarten auf Kartonbasis. Die obere linke Ecke musste vor der ersten Benutzung abgerissen werden, um die Karte als gebraucht zu kennzeichnen. Österreich In Österreich kann man Telefonkarten ebenfalls bei der Post oder der Telekom Austria erwerben. Sie werden offiziell als Telefonwertkarten bezeichnet. Die schweizerische Bezeichnung für Telefonkarte ist TaxCard. Die gewöhnlichen Karten werden von der Swisscom vertrieben. 1996 lösten die Chipkarten das Vorgängersystem von Ländis und Empgür ab. Die TaxCards der Standard-Serien gibt es zu 15 und 20 Schweizer Franken. Die Motive dieser drei Karten bilden jeweils eine thematische Einheit. Sammlerobjekt Telefonkarten sind schon bald nach ihrer Einführung zum Sammlerobjekt geworden. Es gibt, ähnlich wie für Briefmarken, Sammlerbörsen, Magazine und Sammelwortkataloge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017